hallo leute frohes neues wir sind jetzt hier draußen das bin ich leute zusammen jetzt 2009 10 schon ganz cool und ich wollte euch was cooles zeigen die kammer um und zwar habe ich ein paar coole sachen vorbereitet hier haben wir bei der box weil er die ganze zeit feuerwerksraketen und so bekommen das ganz cool wie brauche ich stauben meine jakettasche weg damit ich wollte euch ein paar bilder zeigen die ich dabei habe wir haben einmal feuerwerksraketen diesen ganz cool mal dahin und ging sofort los ist ganz cool ich mache es noch mal ich gehe mal ein wenig mehr mein mikro dran also ja ich finde das ganz cool also halt meine handy mikro dann haben wir ja noch eine schlange ich baue die mal kurz auf müssen wir hier ein wenig was aufbauen wenn wir das dann da hinsetzen dann geht das ganz nach vorne bis zu der linie ich weiß das nicht weitermachen ihr könnt das selber ausprobieren ist ganz cool ich habe ihn auch so kleine städchen erkennt dass wenn man so mit feuerzeug dran geht dann blitzen diese auf und dann bleibt das so für eine zeit ist ganz cool am besten ich habe es kein feuerzeug dabei deshalb nehme ich mal das feuer hiervon wenn man das dann sehe ich stelle das mal hier hin dann sieht man ja dass dass das ein wenig leuchtet das ist schon ganz cool ich mache das jetzt wieder aus so entschuldigen falls ihr im hintergrund noch weitere bilder hört da hinten habe ich meine nachbarn irgendwo da diese ein wenig laut ich habe noch ein paar raketen die sind aber ganz ganz krass ich habe nämlich deshalb hier sowas aufgebaut ich habe ein wenig sicherheitsvorkehrungen erstellt damit sie ja keine risiken entstehen was wir dafür tun müssen ist die die rakete aufsetzen okay weg 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 wo habt ihr das gesehen leute habt ihr das gesehen oh mein gott das war richtig cool habt ihr das gesehen warte ich kann es noch mal machen das war richtig cool das ist voll cool okay als nächstes haben wir noch die böller die kennt man macht man die schmeißt man wenig auf den boden dann machen die das ist ganz lustig ich brauche mal ein paar weitere böller hier er muss man kurz meiner box ein paar raussuchen okay hier schaut euch das mal an wo das ist voll cool warte was sind das denn hier welche verboten verboten sind das denn nicht die die in morgen benutzt wurden damit dieser eine youtuber ganz viele klicks bekommen konnte das ist voll cool ich will auch voll viele klicks haben damit sich alle erschrecken so sollen wir die mal machen okay ich mache jetzt mal kommt noch niemand ist gerade niemand da oder hinten ist jemand aber guckt mich gerade nicht an okay wir versuchen es mal nein mein minecraft schließt sich voller